Ja, da freue ich mich schon wieder auf meinen schönen Eintopf. Lecker, was da alles reinkommt. Augen, Krötensacke. Mal umhören. Schon lecker. Da fehlt jetzt nur noch eine Zutat, die wichtigste. Hä? Was ist denn da? Ja, ich mache einfach rein, aber... Was ist denn das Richtige da ist? Was habe ich überhaupt jetzt das Richtige reingemacht? Ich denke mal schon. Warte, was steht denn da drauf? Na okay, es wird schon schief gehen. Und... Wo bist du denn? Wer seid ihr überhaupt? Wir schnippeln hier, das schnippelt sie. Und wo bin ich hier? Siebenlinde natürlich. Oh Gott. Fängt wirklich aus. Und du? Wo kommst du her? Weiß ich selber nicht. Ich bin... Wie weißt du nicht? Ich bin die Kräuterhexe. Kräuterhexe? Ja. Hexen? Hexen sind hier nicht erlaubt. Oh Gott. Nur Hexer. Aber... 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 Nein, ich weiß jetzt selber nicht. Oh, die war doch nicht. So? Wo bin ich hier? Und ich bin auch dankbar, dass von euch doch so viele zahlreich zum Plenum erschienen sind. Auch wenn die abend alle wüssten. Aber jetzt vielleicht, auch wenn es ein spannendes und heißes Thema ist, gerade euer... Da kann man auch so knabbern, die sind total lustig, aber wir dürfen natürlich nicht alle aufessen. Okay. Aber so einfach. Aber wir können uns ja teilen. Nee, auch die, die... Ähm... Hier. Können wir mal was kosten? Ganz lecker. Willst du auch mal was kosten? Ganz lecker. Ja. Ach, ist der niedlich. Man hat jetzt hier Gartenzwerge aufgestellt. Ich bin kein Gartenzwerg. Ich bin ein Kobold und ich bin auch nicht niedlich. Süß. Ich bin nicht niedlich, nicht süß und kein Gartenzwerg. Ich brauche meine Haushälterin. Bring mich an einen anderen Ort. Ja, eure Kuh... Ja, eure Kuh... Ja, eure Kuh... Ja, eure Kuh und nicht, Herr Horrath. Was wollen Sie denn? Mhm. Folgen Sie mir! Was sind das für komische Pferde? Oh, das sind keine Pferde. Das sind Alpakas. Wir haben jetzt hier Alpakas, damit wir nicht so viel Rasen mähen müssen im Elkodorf. Ach ja, und wo haben die ihre Hufe? Die laufen auf Sohlen. Die haben keine Hufe. Äh, auf Sohlen. Also, ich glaube, ich gehe dann mal lieber richtige Pferde suchen. Also mit Hufen. Ja, macht das. Ahol, ahol, jetzt kommt D-Moll, D-Moll. Ahol, ahol. Ja, das ist auch so schön und ahol, ahol. Jetzt spielen wir D-Moll, D-Moll. Ihr macht das so toll, so toll. Ihr Sieben spielt die Siebel und ahol, ahol. Jetzt kommt das D-Moll, D-Moll. Jetzt kommt das D-Moll. Hier kommt das D-Moll. Auch das D-Moll. Huch! 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 Hu! Und du denn? Ja. Ist die gleich reingekommen? Mal anfassen. Kennst du sie? Magst du in der Uhr hierher haben? Aber gerade war noch keiner da. Willst du mit spielen? Wir haben doch einen da. Die grüne oder die gelbe. Die gelbe ist cool. Dann nehme ich die grüne. Komm mal lasse. Machen wir das zusammen. Willkommen. Hallo, wir sind die Ukulele-Gruppe. Und du kannst mit spielen. Guck mal. Ja. 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 Ah, ich war mit dir nicht groß noch. Du? Ja. 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 Ja, du bist ein bisschen weg. Endlich habe ich das Sommercats wieder für mich allein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.